In welchen Farben würdest du den Laden eigentlich streichen? In Decke Weiß, Wand Creme Weiß, also Milch, heißt das Milch? Ey, die hat mir schon wieder nicht die Groschen gegeben. Das muss ich aber beim nächsten Mal sagen. Ich will immer nur die ganz Groschenbrötchen haben. Nicht so ne weißen Dinger hier. Und die Pfeiler so und so ne kleine Kante da oben in Kokosnuss, so ein hellbraun. Und die Dinger? Zwei Pesos koste eins. Die schneiden wir auf. Packen Chicken Nugget rein, einen selbstgemachten. Mit einer super Crispy Panade. Und verkaufen das als den Crispy Chicken Pandesal Burger. Und so mit einem anderen Aufschnitt und so. Äh, 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 äh. Tuna oder Corned Beef, den Corned Beef Pandesal Burger. Äh, 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 auch Nutella jetzt einfach so. Und dann immer so ne gewissen Soßen dazu und so, ne? Ja, da war ich immer kurz. Das ist wie dumm, ne? Ne, Käppi lassen wir mal auf, ne? Sonst sieht man sofort, dass ich schon mal den 40. gefeiert hab. Und dann gehen die Mädels jetzt auch. Hey, Jungs. Das war aber ne, was? Eine Stunde, 27 Minuten bin ich schon online. Vorhin standen da drei Stunden schon. Jetzt bin ich irritiert. Ich muss jetzt mal langsam auflegen. Ist das in Ordnung? Jetzt wirst du eine andere Beschäftigung suchen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt, irgendwie. Irgendwie gute Unterhaltung gehabt, oder was? Deswegen mach ich das Ding immer an und quasi mich voll. Ich hab wegen euch nix geschafft, ne? Normalerweise müsste YouTube mich echt bezahlen, ne? Komplett meinen eigenen Scheiß vergessen. Nur weil ich euch da irgendwas Unwichtiges gezeigt hab, oder was, ne? Also. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute ist Samstag, genau. Was machen wir morgen? Ja, Internet im Laden funktioniert, glaub ich. Wie war die Verbindung heute? Ich freu mich. Ich hab heute noch... Wollten wir eine Folge machen können? Ähm. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Einkaufen. Ich war mal wieder kräftig bei Lazada Online shoppen. Und da haben wir wie nur noch mal ein Regal bekommen. Das kostet 20 Euro. Und eigentlich stellt man sich das in Deutschland in den Keller. Aber wir stellen uns das mit ins Schlafzimmer. Ja. Und... Ja. Zeig mal später, was aufgebaut ist. Ah. Besser. Ich leg mal langsam auf. Okay. Also. Reingehauen. Und wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Bob bastelt mit seiner Bambuslatte. Okay. Ich muss weg. Ich hab echt lange Sendungen hier jetzt schon gemacht. Dass mein Handy noch nicht mal langsam leer ist. 18 Prozent. Wollen noch warten, bis es 10 ist. Und eine Meldung macht. Hier aufladen. Nein. Haut rein in Deutschland. Habt ein schönes Wetter. Genießt den Schnee, falls ihr welche habt. Ich hoffe, ihr habt Schnee. Morgen bete ich dafür, dass ihr Schnee habt. Hm. Ich geh jetzt duschen. Und dann, äh, ja, haben wir noch ein bisschen. Bei mir ist es jetzt 16 Uhr 45. Und bei euch ist es 7 Stunden früher oder später. Also, bei euch ist es erst 10 Uhr morgens, glaub ich. Wahnsinn. Wie das so sein kann alles. Macht's gut, Leute, Jungs. Ich muss weg. Tschüss. Schöne Grüße aus den Philippinen. Mami, Papi, hab euch lieb. Bis dann. Können Sie alle nur kurz. Tschüss sagen. Spaß macht eh nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.